Was sind das denn für Lagen? Okay, das heißt, wir haben keine Wahl, außer dahin zu gehen. Und dann hier durch? Nee. Ach, oben rum. So, es hat gespeichert. Wo ist die Falle? Also, ich sehe... Geht schon gut los hier. Das ist gemein. Das hier ist so schön nach oben. Dabei ist das wieder die Falle. Weil man sich zu sicher fühlt. Da ist was. Ähm... Nein! 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 Oh, 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 oh. Okay, das war, wegen dem Schlag habe ich die Falle überlebt. Das ist auch immer interessant. Gibt es hier noch mehr zum Erschlagen von denen? Ich glaube, ich muss den Hammer zurücklassen. Kann ich den Frosch hier als Hut aufsetzen? Nee. Schade. Ey, falls euch auffällt, im Chat, wenn ich mal einen Hut übersehe, dürft ihr mich kurz darauf hinweisen, sodass ich einen Hut übersehen habe. Wo und so, will ich selber noch herausfinden dann. Aber wenn ich eins übersehen habe, kurz darauf hinweisen. Okay, die Lehrerin. Ja, Lehrer sind auch immer gruselig. Da gehe ich recht. Ich finde es jetzt doof, dass wir jetzt alleine unterwegs sind. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Und heil, nix da. Ach, alles gut. Der Freddy kann dir trotzdem dann Schaurau geben oder so. Der Gedanke ist allein schon, was zählt. Ich freue mich übrigens schon auf Sonntag, wenn die Folge von Newt Eagle dann raus ist, vom Podcast. Die Vorstellrunde. Ausrufezeichen Podcast habe ich jetzt nicht. Aber für die, die auf YouTube zuschauen, schaut auf jeden Fall mal auch beim Nix da vorbei, auch auf Spotify und so. Wir haben da einen gemeinsamen Podcast zum Thema Gothic, Lore Talk. Das wird noch Folgen haben. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Wo kann ich mich hier verstecken? Ohne, dass die uns sieht. Nix da mit links funktioniert bei mir im Chat nicht. Da musst du einen der Mods fragen, damit die da posten können. Ich muss hier irgendwie vorbei. Boah, das habe ich immer gehasst, wenn die Lehrer immer sich an den Tisch so vorne anlehnen und dann mit dem Arsch an den hinteren Tisch dran gehen. So direkt der Arsch dann in der Fresse des hinteren Schülers. Manchmal war auch ich dieser Schüler, der den Arsch dann in der Fresse hatte. Ich hasse das. Ich habe das damals als Schüler gehasst. Ich habe das damals als Schüler gehasst. Bei solchen Lehrern tun mir tatsächlich auch die Schüler leid, die dann mit einem Lineal auf die Finger hauen. Oh nein, jetzt ist sie hier. Die bedroht die Schüler einfach nur mit dem Lineal. Alles klar, bis gleich nix da. Okay, ich bin frei. Ich schleiche aber noch ein Weilchen. So. Da müssen wir hin. Gut, dass wir die Lehrerin jetzt schon mal fürs Erste losgeworden sind. Ich finde es jetzt nur schade, dass wir keinen neuen Hut gefunden haben. Ähm. Gibt es hier eine Waffe oder so? Der Schüler ist angekettet. Nein! Okay, da war... Ja. Jetzt habe ich Zeit. Was hat der hier alles gemalt? Jede Menge Augen, irgendwie... Ich glaube, das hier soll eine Kerze sein. Aber das sind nur Augen. Und noch mehr Papierhüte. Ich glaube, das Geräusch gefällt mir schon mal nicht. Oh nein. Alter, was? Frisst die uns einfach so? Oh nein. Okay, diesmal hat die nichts von uns mitbekommen. Okay, kommt die gleich noch mal hoch? Okay, die kommen noch nicht hoch. Warte, ist das noch... Ist das noch ein Hut? Ist das ein Hut? Ist kein Hut. Katzenohren, jetzt? Ernsthaft? Boah, wo habe ich die? So, Pashi. Ich hoffe, du bist glücklich. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ähm. Jetzt sehe ich viel besser aus. Wenn du das meinst. Okay, hier... Ich glaube, das Ding müssen wir einmal bewegen. Da ist ein Hut. Hier haben wir einen Hut. Den möchte ich haben. Hä? Jetzt. Setzen wir uns einfach mal eine Blechdose auf. Wann eigentlich HL-Lordwark? Meinst du damit, äh, Hogwarts Legacy? Wieso ist denn nicht geklettert? Nope. HL, wofür steht HL nochmal? Nein. Schaut ihr gleich hier durch? Nein. Alter, warum muss die... Warum muss die... Einfressen... Warum... Warum fressen? Warum wird man überhaupt gefressen hier? Warum? Okay, hier erst einmal... So. Nein, nicht weiter. Nicht weiter. Okay, jetzt ist sie da hinten. Okay, sie ist weg. Ja, Apache, du kannst mir... In real life auch noch... Auf die Nerven gehen. Das stimmt leider sogar. So. Okay, hier kann ich nicht weiter gehen. Ich möchte mehr Hüte haben. Jetzt haben wir... Sind wir jetzt im Dosenkopf, aber egal. Ich glaube, ich muss irgendwie die Tür aufmachen. Ich glaube, dafür brauche ich aber auch genau diese Kiste hier. Ja. Ich weiß, ich sehe bezaubernd aus. Mit den Öhrchen. Ganz ehrlich, ich habe aber auch noch mehr Angst, wenn das irgendwann mit dem Level-100-Stream losgeht. Können wir da hoch? Ey, ich konnte gerade noch hier drauf. Warum? Okay, da komme ich nicht hoch. Er weigert sich. Hier wurden Bücher verbrannt. Wir brauchen Schlüssel. Äh, nein. Mach den wieder drauf. Mach ihn drauf. Wohl, ich gucke erst mal auf der anderen Seite, was da hinten gibt's. Ob's da hinten was gibt's. Okay, kommt niemand. Okay. Okay, kommt niemand. So. Äh, hallo? Springen. Jetzt vergesse ich die Taste zu drücken. Nur mit der 3. Ich würde sagen, das soll eine Weltkarte sein. Aber von welcher Welt, keine Ahnung. Wahrscheinlich von dieser hier. Aber wie die Welt hier heißt, keine Ahnung. Hier haben wir eine Schachfigur. Wieso nehmen wir die Köpfe ab? Aber... Das ist sicher eine Dame, die wir jetzt haben, ne? Hier ist ein Schachbrett. Ähm. Der Junge ist... Okay, der Junge ist König. Machen wir die Dame hier hin. Jede Wette, wir müssen ihn schachmatt setzen, ne? Äh, nein, nicht die Tür zumachen. Ich will den... Ich will hier den Turm. Damit ich den erst einmal hier drauf packen kann. Damit ich an den anderen da rankomme. So, dann machen wir den König hier. Dann machen wir den König hier hin. Den Turm machen wir da hin. So, jetzt fehlt uns noch eine Figur. Oder Kopf, besser gesagt. Was, wenn ich die Tür jetzt einmal kurz zumache? Ist dahinter etwas? Okay, hier hinterher ist nichts. Keine Figur. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Dame, Turm... Ah, okay. Dame? Muss dahinten sein. König... König hier hin. König hier hin. Ja. Ja. Und jetzt? Ihm kann ich nichts antun, ne? Ich bin vorbereitet. Ich muss nicht extra Wasser holen. Und willkommen zurück, Nyxda. Pashi, das kannst du nicht beweisen. So, irgendwas ist jetzt passiert. Da ist das Licht angegangen, aber... Und es kam ein Geräusch. Aber was muss ich jetzt machen? Äh... Das ist ja super. Seht ihr das da links? Die Dartscheibe mit dem Bild von der Lehrerin. Und die Dartpfeile drauf. Ein Dartpfeil sogar im Lampenschirm. So, aber das ist jetzt richtig. Aber warum kann ich jetzt nicht noch irgendwas... Ah, warte mal. So, den Schlüssel lehnen wir mit. Und das nehmen wir für Aide mit. Boah, der arme Junge eigentlich. Das sind wirklich kleine Monster hier. Und das ist ja so. .... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich lasse das doch mal lieber hier liegen. Zungen-Dinger, die von der Decke hängen heißen? Ich komme gerade irgendwie nicht mit. Was für Zungen-Dinger, hä? Ich dachte schon, die hören dort. Das hört sich sehr wild an. Nein! 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 Eins, zwei, drei. Sind hier vier Kamen gerade. Vielleicht auch mehr. Ja. Nein! Aha! Wie ist jetzt einer von denen? Das eine Kind da hinten voll am Randalieren, eskalieren. An dem Wagen da. An dem Wagen da. An dem Wagen da. In performance. An dem Wagen. Du bist143. An dem Wagen. das wäre knapp gewesen aber ich habe schon eine ahnung gehabt eine vermutung freddie das mit dem mit dem stock das war bei den schülern im klassenzimmer die hier alle auf jeden fall ich weiß jetzt aber nicht wo ich hin muss okay der hat mir einfach geschützt wir können sie leider nicht alle töten ach da ist ein kleines loch da ist ein knopf ich habe ein ungutes gefühl wenn wir hier jetzt hochgehen so einmal hochheben und so nicht nicht umfallen nicht umfallen wird jetzt nicht dass da irgendwie lärm passiert dass die dann alle angelockt werden okay die sind doch nicht angelockt ja aber okay dann hätten die vielleicht auch ach da habe ich den dritten gelassen gehabt und ich habe ihn schon seit jahren gesucht nein 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 die soll woanders hingehen bitte ist das ein eine art weisenheim oder eine schule und ist diese frau allein in diesem weisenheim sag ich jetzt mal kommt mach auf ach hier ist noch ein gehirn wem aus dem chat fehlt auch noch einer wer hat sein auf verloren hier gibt es noch einen ersatz nicht nicht egal nicht 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 Mist. Mist, 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 Mist. Nein. Okay, wir müssen da oben lang. Okay, von dem einen liegt es in Valheim, von dem anderen, in der Schlange vor dem THQ stand. Dann hat es jetzt ein Müller-Problem. Glaube ich auch. Nein, nicht da... Nein. 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 Ich will nicht mehr. Okay, die hatte kurz was mitbekommen. Nein. 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 So, danke, Freddy, für die Freiheit. Mit was düngen wir die Felder? Das muss ich mir nachher reinziehen. Was hast du für einen Glück gemacht? So, sie soll jetzt bitte wieder weggehen. Möglichst weit weg, ja? Wieder an die Tafel raus. Nein, nicht hier hin, nicht hier hin. Okay, ja, wir haben es geschafft. Das wird sie hören, oder? Warte mal, wo geht es in diese Richtung? Nichts wollen. Okay, hier gibt es auch nichts. Oh, nein. Ich dachte... Ich dachte, das wäre jetzt schlau. Okay, funktioniert auch nicht. Was ist Ritz? Ich weiß jetzt gerade auch nicht. Nein! Nein! Ich will... Ich will echt nicht mehr. Okay, dafür bin ich wirklich zu langsam. Das heißt, ich muss wirklich einmal hier hingehen. Ich habe mich mit dem... Ich habe mich mit dem... Was war das jetzt? Angeblich hast du Ritz... Was? Ich glaube, wir werden noch ein paar Jährchen hier verbringen. Bis ich das gemeistert habe. Hä? Was, wenn ich einfach durchrenne? Funktioniert auch nicht. Was sind das aber für... Für Blagen, die so... Mordlustern sind. Ähm... Wo ist der Hammer? Warum hatte ich den Hammer nicht mehr in der Hand? Ja, Freddy, wenn dir die Hose rutscht, dann sieht man auch mal deine Ritze. Dein Ritz. Glaub ich. Okay, ich fokussiere mich jetzt erst einmal hier drauf. Bevor ich wieder auf den Chat achte. Nimm mir das bitte nicht böse. Kann man diesen Part hier überspringen? Boah, das war jetzt knapp. Und dann noch einer. Wieviel Versuch hatten wir jetzt dafür gebraucht? Alle? Nein! Warum? Okay, wen... Okay. Wir sind wenigstens hier. Ich dachte, ich muss jetzt alles von vorne machen. Hm? 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 Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Mir fällt nichts ein. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich glaube, ich könnte das eigentlich auch hauptberuflich machen, kleine Kinder töten. So, kommt hier jetzt noch einer? Ich möchte weinen. Ich möchte weinen. Was wackelt der da noch mit seinen Hintern? Das ist 8. Aber wie ihr seht, hat er den ersten Versuch geschafft. Boah, das muss doch wehtun. Oh! Oh! Komm mit. Ich will nicht wissen, was die durchgemacht hat. Okay, ich dachte, das wird jetzt einstürzen. Und wir verliehen sie noch einmal. Achso, sie ist da. Und das habe ich ohne KI gemacht. Ohne Suno. Ich glaube... Ah, ne, da unten, da unten. Ohne Suno. Ohne Suno. Ohne Suno. Ohne Suno. Und wir stehen noch wie eine 1. Hört sich jetzt viel schöner an. Oh nein, da sind wieder Kinder. Wir brauchen den Schlüssel. Eight? Hilfst du mir? Nein! 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 warum ist das kind nicht vorher schon hier rübergegangen als wir noch zusammengestellt gut da einfach mal mit dem schlüssel an so einem frosch rum ich habe schlüssel das noch ein bisschen blut vom frosch dran so komme ich hier hoch nein hier kann ich das ja manchmal ist schweigen gold da gebe ich recht nicht wir brauchen den hammer wie mit dem sound vom tod was machst du denn wieder für für clips ich habe angst dass du die dann auch noch bei clippie einreißt die gefällt der gewaltgrad des spiels gerade im zusammenspiel mit kleinkindern klingt gar nicht falsch überhaupt nicht also wir können hier normal laufen ok muss ich hier auch irgendwie helfen Ah! Ja, ein bisschen abgehen. Genau, das mache ich auch auf der Tanzfläche jedes Mal. Ah, jetzt! Okay, ich wollte schon sagen, was muss ich noch machen, damit er mal weitergeht? Oh oh. Okay. Okay. Amen. Wollt ihr mich geschehen? Nein! Bitte nicht fressen! Okay, die haben auf sich gefressen. Okay, während Klavier spielt, hört die nix. So 20 Sekunden dauert das. So 20 Sekunden dauert das. So 20 Sekunden dauert das. Ich bin jemandem, wie ich bin. Ich bin jemandem, wie du schonedeckter Hinschwerden. So 20 Sekunden dauert das. Ja, ich bin jemandem. Aber ich muss ja, ich muss ja, ich bin jemandem! Okay, ähm, jetzt? Ah, sie hat extra auf mich gewartet. Renn, renn da durch! Ähm, nein, nein! Alter, nein, 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 nein! Alter, wie... Alter, wie lang kann die ihren Hals machen? Nein! Sie ist ein... Wirklich, also... Sie ist eine verdammte Giraffe! 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 Untertitelung des ZDF, 2020